Was ist der Unterschied von anderen Seminaren, die ich viel teilgenommen habe? Der Unterschied von anderen Seminaren, die ich viel teilgenommen habe, der Unterschied ist, wirklich hier ist etwas Positives, etwas Harmonisches und etwas Wohlwollendes, etwas Gutes für andere miteinander. Und diese Einheit spüre ich. Und das finde ich ganz toll. Also ich habe viel gelernt und dabei habe ich den tollsten, schönsten Urlaub gehabt. Ich habe als Bankangestellte gearbeitet und wie ich auf IPE draufgekommen bin. Ich habe Hilfe für Kinder oder wo man über Kinder irgendwas gesucht und in der Google plötzlich habe ich IPE entdeckt und dann habe ich, weil ich neugierig war, habe ich reingeschaut. Und das fand ich ganz toll. Dann habe ich mich angemeldet. Ich finde das ganz, ganz toll und das ist auch wichtig für mich, dass ich selber erfahre, diese Methode wirklich in mir wirkt oder nicht. weil nur Theorie damit ohne diese Selbsterfahrung, weil wir wollen ja Menschen helfen und nicht irgendwelche Menschen irgendwas einfach abgeben. Darum geht es. Und das finde ich ganz toll hier, dass ich auch die Selbsterfahrung machen darf. Ich finde, dass Daniel wirklich ganz, ganz toll macht einen, weil er so viel Spaß, mit Spaß das rüberbringt und weil er auch so authentisch ist. Und er ist das selbst, was er sagt. Und das ist für mich wirklich beeindruckend. Und so möchte ich auch, was in meinem Inneren ist, möchte ich auch Kinder weitergeben.